Hallo Freunde der Kanaren. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Günni und wünsche euch nun gute Unterhaltung. Sommer und Kalima auf den Kanaren. Emmett hat wieder mal eine Hitzewarnung mit Warnstufe Gelb ausgelöst. Nach den Prognosen werden Temperaturen bis zu 34 Grad Celsius erwartet. Lokal sind auch höhere Werte möglich. Damit verbunden sind Windböen bis zu etwa 70 Kilometern pro Stunde. Das würde eine Stärke von 7 auf der Beaufort-Skala bedeuten. Diese Rangordnung teilt die Windstärke in 13 Bereiche von 0 Windstille bis 12 Orkan ein. Dazu kommen Kalima und hohe Wellen an den Küsten, besonders auf Gran Canaria, Teneriffa und La Gomera. Im Einzelnen die Vorhersage ab Freitag für die größten Inseln der Kanaren, Quelle Emmett. Gran Canaria. Im Norden, unterhalb von 600 bis 700 Metern, gibt es bewölkte Abschnitte mit überwiegend leicht bewölktem Himmel am Nachmittag. In den übrigen Gebieten leicht bewölkt oder klar, mit Unterbrechungen im Osten. Tiefstemperaturen unverändert oder leicht steigend und Höchsttemperaturen unverändert oder leicht fallend, vor allem im Süden und Westen, wo örtlich noch 34 Grad Celsius überschritten werden können. Mäßiger Nordostwind, der an den Südost- und Nordwesthängen stark weht. Las Palmas, 22 bis 25 Grad. Teneriffa. Im Norden, unterhalb von 700 bis 800 Metern, stellenweise bewölkt, wobei der Himmel am Nachmittag überwiegend leicht bewölkt ist. In den übrigen Gebieten leicht bewölkt oder klar. Leichter Dunst, Kalima, in der Höhe ist in der ersten Tageshälfte nicht auszuschließen. Im Mittelland könnten 30 bis 32 Grad erreicht werden, im Süden punktuell sogar mehr. Mäßiger Nordostwind mit starken Abschnitten im äußersten Südosten und Nordwesten. Sehr starke Böen sind nicht ausgeschlossen. Santa Cruz de Tenerife, 23 bis 29 Grad. La Palma. Im Norden und Osten, unterhalb von 600 bis 700 Metern, gibt es bewölkte Abschnitte, die am Vormittag zu leicht bewölktem Himmel führen. In den übrigen Gebieten leicht bewölkt oder klar. Leichter Dunst, Kalima, in der Höhe ist in der ersten Tageshälfte nicht auszuschließen. Die Temperaturen steigen leicht an und erreichen im westlichen Mittelland 30 Grad Celsius. Mäßiger Nordostwind, der bis zum Morgenstark mit wahrscheinlich sehr starken Böen in El Paso, im westlichen Mittelland sowie an den Nordwest- und Südosthängen wehen wird. Santa Cruz de la Palma, 23 bis 27 Grad. Fuerteventura. Leicht bewölkt oder klar, mit bewölkten Abschnitten in Norden und Osten bis zum Morgen. Leichter Dunst, Kalima, in der Höhe ist in den frühen Morgenstunden nicht auszuschließen. Tiefstemperaturen mit wenigen Veränderungen und Höchsttemperaturen mit leichtem Rückgang, stärker ausgeprägt im Westen. Mäßiger Nordostwind. Puerto del Rosario, 21 bis 26 Grad. Lanzarote. Bewölkte Abschnitte, wobei der Himmel im Süden und Südosten überwiegend leicht bewölkt ist. Leichter Dunst, Kalima, in der Höhe ist in den frühen Morgenstunden nicht auszuschließen. Tiefstemperaturen mit wenigen Veränderungen und Höchsttemperaturen mit leichtem Rückgang, stärker ausgeprägt im Süden. Arezife, 22 bis 28 Grad. Hallo, wenn ihr keine Infos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und schaut mal, hier sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein. Vielen Dank!